Hey Marc hier von Mobile Geeks, wir sind am Bilsterberg. Das hier hinter mir, das ist der Golf R-Variant und den schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Wenn wir am Bilsterberg sind, liegt es natürlich nahe, dass wir auch eine Runde damit drüber fahren. Bevor wir starten und auf die Rennstrecke gehen, gehen wir einfach mal kurz ums Auto drumherum. Woran sieht man, dass es ein Golf R-Variant ist? Zum einen das kleine R-Symbol hier vorne ist ein sehr, sehr guter Indikator. Ansonsten sieht man, dass hier vorne die ganzen Lufteinlässe, die sind ein bisschen größer. Aber der Wagen hat jetzt das optionale Black Package, sonst wären die Spiegel hier Silber. Und all das, was hier sonst in Chrom wäre, vielleicht ist jetzt hier auch in schwarz mattiert. Ansonsten ein ganz, ganz typischer Indikator hier hinten die vier Auspuffe, die vier Auspuffrohre. Und damit kommen wir dann vielleicht auch schon zu einem der wichtigsten Punkte bei einem R-Modell. Zwei Liter Motor, ist bekannt, 320 PS, 400 Newtonmeter. Und der Motor ist das eine, aber es ist vielmehr tatsächlich die Art und Weise, wie das Auto abgestimmt worden ist. Und dass der Wagen im Hintergrund auch den Torque Vectoring Splitter quasi hat. Der hat also hinten die Möglichkeit, bis zu 100 Prozent an das linke oder rechte Hinterrad zu verteilen. Und wie das nachher in der Praxis aussieht, schauen wir uns jetzt mal auf der Rennstrecke und dann auch später in dem, auf der Handling Parcours Strecke auch an. Ich denke, das wird ganz cool. Und ja, erstmal viel Spaß bei dem Video. Der Berg im Golf R-Variant. Ich nutze gerade mal die Gelegenheit, als Letzter in der Runde hier ein bisschen mich mit euch zu unterhalten. Es ist gerade an so einer Stelle wie hier, merkt man das Torque Vectoring sehr, sehr gut. Man kann das hier links, also ihr jetzt leider noch nicht so gut in dem Display sehen, dass der dann bei so einer Kurve das kurvenäußerste Rad ein klein wenig mehr Drehmoment gibt, also ein bisschen mehr Kraft gibt, dass er euch dann quasi wie mit in die Kurve rein lenkt. Und das macht den Wagen tatsächlich extrem agil. Wir sind jetzt gerade in dem Air Mode unterwegs und dann haben wir jetzt auch gerade den Golf R-Variant hier als Performance Variante. Das bedeutet, wir haben jetzt hier auch das Spezialprogramm und das Driftprogramm. Das Driftprogramm macht natürlich überhaupt keinen Sinn auf der Rennstrecke, aber das Spezialprogramm macht natürlich einiges an Sinn. Die ist für die Nürburgring abgestimmt, aber auch hier funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Und hier die Mausefalle mit der Kompression, das ist alles schon sehr, 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 sehr spaßig. Das kann man gar nicht anders sagen. Besonders auch jetzt bei der Entwicklung von dem Golf R-Variant, aber auch für den Golf R, ist der Fahrdynamikmanager. Das heißt, die ganzen Systeme wurden zusammenentwickelt und werden zentral von einem, ja, von dem Fahrdynamikmanager quasi verwaltet. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Bremse, Federung, Lenkung, Gas-Kennlinie, das ist alles aufeinander abgestimmt. Und auch so etwas wie schnelles vom Gas gehen ist, zum Beispiel in einem Race oder im Special Mode, wo ihr sonst immer so eine leichte Verzögerung zu dem Schleppmoment hin habt. Hier nicht. Hier geht es darum, ein möglichst lineares Fahrverhalten hinzubekommen. Und, ja, ihr seht das hier schon auf dieser einen Strecke hier auf dem Winsterberg. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also auch gerade das mit dem Torx Splitter, der euch dann wie so, ihr lenkt ein und seid auf dem Gas. Und er drückt euch wie so einen kleinen Moment mit raus. Und jetzt auch hinten rechts die ganze, der ganze Torx, der kann bis zu 100 Prozent, also auf das Außenrad gehen. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. Und, ja, ich fahre jetzt hier noch ein, zwei Ründchen. Ich nehme euch einfach mal mit, wenn ihr wollt. Beziehungsweise ich mache da noch mein eigenes Video zu. Das sagt ja auch gerade der Instruktor Benni hier. Ihr könnt ans Gas gehen. Der Wagen schiebt euch raus. Ja, so, ich wollte ruhig sein. Aber ihr merkt, es fällt mir durchaus schwer, hier ruhig zu sein, weil... Ja, man hat ein Grinsen auf dem Gesicht. So, ich dachte, wir werfen mal kurz einen kleinen Blick auf das eben erwähnte Air Performance Torque Vectoring. Das ist quasi die Hinterachse. Hier vorne kommt die Kardanwelle rein und ihr seht das, wir haben dann jetzt hier das, ja, Vertriebe hier hinten drin. Wir haben hier die beiden Kupplungspackungen. Und im Prinzip kann der jetzt über das Verdrehen hier im Millisekundenbereich die Kupplung zu- und aufmachen. Das heißt, je nachdem, wenn er euch jetzt das Hinterrad mit anschieben will, dann macht er die Kupplung zu, damit ihr dann auch Griff habt. Und dann habt ihr bis zu 100% entweder auf der linken Seite oder 100% auf der rechten oder halt variabel, was er dazwischen für sinnvoll erachtet. Im Standardmodus ganz normal 50-50. Aber so haben wir schon mal einen kurzen Blick auf das Torque Vectoring. Bisschen Theorie, aber Theorie ist das eine, Praxis ist das andere. Deswegen fahren wir damit weiter. So, wenn wir hier in die Modi gehen, gibt es Komfort, Sport, Race und den Drift-Mode. Wir sind jetzt in den Drift-Modus, haben zusätzlich das ESC ausgeschaltet und ihr werdet das jetzt gleich sehen. Das ist ziemlich cool. Wir haben hier eine feuchte Straße oder eine feuchte Kehre. Alles, was wir jetzt nun machen müssen, ist den Wagen ausrichten und dann quasi, wir richten jetzt so 45 Grad aus, dann lenken wir ein, geben Vollgas und dann lassen wir Vollgas stehen im manuellen Modus 1 und lassen eigentlich das Lenkrad nur gerade. Guck mal hin. Das macht so viel Spaß, Leute. Das ist echt unglaublich. Das ist echt unglaublich, der Drift-Mode. Ein Tag Golf-R-Variant und wir sind auf der Rennstrecke gefahren. Wir sind jetzt hier auf dem Drift-Teil gefahren und es ist tatsächlich die, ja, die Spreizung, die dieser Wagen kann zwischen Komfortabel und dann jetzt hier in den Drift-Modus, in den Vollausrast-Modus. Und mit diesem Torque-Vectoring da hinten, das ist halt einfach so eine Sache, wo du sagst, okay, das ist schon, finde ich, echt allerhand, was die hier hingezaubert haben. In diesem Bezug zwischen, ja, du fährst in einem Alltag und dann gehst du mal hier auf so eine abgesperrte Fläche, wo du vielleicht so ein Fahrsicherheitstraining oder so eine Fläche mietest. Und dann drückst du drauf und driftest den dann jetzt hier so um die Ecke. Ich mach mal ganz ehrlich, Leute, ist das cool oder ist das cool? Und ich mach mal, ich bin nicht der Drifter vor den Herren. Na, siehst du jetzt hier zum Beispiel, das war jetzt nicht so gut, aber es macht einfach Spaß. Jetzt muss ich auch mal kurz den Drift-Modus abmachen, weil ich hier auf die R-Taste gekommen bin. Wie gesagt, Drift-Modus, ESC-System, aus, bestätigen, erster Gang, einlenken, Vollgas und... Das ist auch cool, Leute, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich... Das macht einfach... Das könnte ich den ganzen Tag machen und das wird... Man merkt wirklich auch, wie es besser wird. Also, ich will mich nicht beschweren. Ich drehe noch ein paar Ründchen. Aber das war nicht so gut. Die hier ist meine, das ist meine Schokoladenkurve hier. Also, ich mach noch ein bisschen weiter. Ich bin Marc von Mobile Geeks. Vielen Dank, bis zu schauen. Und auf Mobile Geeks gibt es noch einen Artikel dazu. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen. Da gehe ich auch nochmal ein bisschen mehr in die Technik ein. Ja, ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ja, bis dahin, ne? Ja, okay. Dann geht der Monitor! Ja, ja. Da geht der Monitor! Leuk... Ich kann nicht da jetzt auch draufdenken. Das ist besser ein bisschen frei, hm? Ich bin der Monitor! Und mal hier kann... Ja... Ja, ich bin der Monitor! Aber das ist nicht so. Schäftig! Da ist dieohlen! Da ist errietig! Ja! Da ist erinnert! Also, ich bin der Monitor! Ich bin der Monitor! Da ist erinnert! Das sieht doch ganz, ganz ordentlich aus hier. Leute, mit Bonusmaterial. Ich bin am Schwitzen. Meine Herzfrequenz sagt... Mal sehen, was meine Herzfrequenz sagt. Mann, 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 Mann. Das hat 152, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, das war das Bonusmaterial. Macht's gut. Ja. Ja.